Ja, Liquid Garden im Werk Acht. Acht Bars, acht Barkeeper und Cocktails trinken für einen guten Zweck für die Stiftung Pro Spezia Rara. Ja, Sommerfest-Atmosphäre, Quartierfest und Charity-Event in einem. Es ist ein mega cooles Event, weil wir endlich mal die Chance haben, alle zusammen zu kommen, gemeinsam was Gutes zu tun und dabei noch leckere Drinks einnehmen können. Also der sommerliche Abend hier ist traumhaft. Sehr genial im Rennen, danke vielmals. Es ist ein absoluter Glück, hier zu sein, mit all den wirklich fantastischen und intelligenten Bar-Tenders aus der Schweiz. Wir sind in Deutschland, wir haben viel Spaß für die guten Karten. So, come und join uns. Wir sind komplett full. Dienstealth, meine nur... Boor, bevor wir! Da, hoch!